hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich habe heute keine geburtstagsgrüße und ich habe auch heute die facecam aus weil ich gerade am renovieren bin und hinter mir sieht es aus wie chaos und danach greenstream bald komme ich nicht ran deswegen werde ich heute so zwei spiele spielen und ich hoffe sie sind gut viel spaß ok ich bin mal wieder als favorit gelistet so ein mist hier unten links werdet ihr es sehen nummer eins reddog redbar tag und mit 56 ich werde das mal warten wo hier die zone ist oder sagt mir unten soll ich hin dann werde ich doch dahin jumpen oder schau mal was da 600 meter sollte machbar sein oder auch nicht schau mal wie weit wir kommen und die zone ist da da kommen wir nicht ganz sind also 500 meter kann mich mit denen dann ach ich lande genau vor so level 1 das ist doch perfekt so dann werden wir uns gleich erst mal die grundausrüstung holen auf sammeln das ist das nichts einsammeln genau schnell hier rein ok mal schauen wo die karte zeigt ja ok wir stehen ja schon mal gleich mal so verkehrt also da sagt er soll ich hin da wird zwar nichts sein ich weiß auch nicht warum das manchmal ist manchmal zeigt er hier irgendwie ein punkt und ja keine ahnung warum ok da ist der rand aber was für ziffern rolle habe ich denn hier wenn ich ganz so gut die waffe ich brauche kümmer und korn nein das ist ein auto dann kann ich schnell abhauen wenn es noch kleiner wird hier bei mir da hinten läuft einer glaube ich zumindest ach mit ihnen habe ich noch eine quest ich soll mit einer maschinen pistole was sind das für eine pistole dann bleibe ich bei der das ist die gleiche die ich habe 0 damit gleiche treue ich auch nicht ok dann rüber in das haus schauen was da drin ist und denke auch schon dass gleich die ersten besucher kommen oh warte das will ich doch haben genau nehm mal den so dann da drüben einmal rein laufen ok heute ist auch cool die plasma kanone in häuserkampf ist sie wahrscheinlich besser sonst liegt hier nichts drin ok in den haus war ich schon drin immer mal das schöne auto damit den tuk tuk damit bin ich schon mal in Barcelona in in ähm wie hieß das und und ach Mensch kann ich in der nähe sind wir dann ach in Lissabon so in Lissabon bin ich damit gefahren mit dem tuk tuk war ganz witzig ist das eine maschinenpistole Hühner ne ist das nicht ne 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 Hat er Angst vor mich gehabt? Warum ist er nicht gerannt? Ich tue doch nichts. Riecht ihr doch? Ah, hier ist ein Pilz. Pilz ist auch gut. Essen. Hinlaufen. Er ist weit weg. Schnell in Sicherheit. Da oben läuft er. Können wir den abfangen oder schauen wir es nicht? Nach land. 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 Das ist ein Kampf. 機 Jetzt muss ich mich beeilen. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Ich bin down. Ich bin down. Was gibt es denn nicht? Ich habe mich so lange mit den anderen aufgehalten. Schaffe ich es noch? Ich bin übrigens schon Gold 3. Bis gleich. Ich bin Platz Nummer 3 nummeriert. Also nicht der beste. Ist auch mal gut so. Wo gehen wir ein? Ich sag gleich hier unten hin. Was ist denn da? Schauen wir mal. Schnell da unten auf geht. Wippee. Gerade das war immer richtig kacke gewesen, dass ich da abgelost habe. Aber es passiert halt. Man kann ja nicht immer gewinnen. Und das ist eine Level 1 der Truhe. Gleich hinlaufen. Oh, ich bin schon außerhalb der Zone. Schon mal nicht gut. Schon mal nicht gut. Aber gleich das richtige Gewehr. Aber ich habe noch keine Klamotten. Das gibt es doch nicht. Ich brauche einen Helm. Ich brauche einen Helm. Oder eine Brust. Irgendetwas. Ich brauche hier so ein Plasmagewehr. Ah, da. Okay. Und das ist das nächste. Perfekt. Nachladen. Weil es hier noch eine Rundung hat. Oh. Jetzt muss ich mich beeilen. Da oben schießt einer. Da oben schießt einer. Das hier brauche ich. Die beiden stehen sich schon fast gegenüber. Da springt einer lang. Ich brauche schon mal gar nicht so schlecht. Da ist eine kleine Quest. Da mache ich mal die Quest. Meistens sind da ja Sachen drin wie Granaten und sowas. Womit ich eigentlich gar nicht spiele. Oh, ein Pilz. Oh, ein Pilz. Ich habe das noch nicht nachgeladen. Oh, ein Pilz. Ich habe das noch nicht nachgeladen. Oh, ein Pilz. Ich habe das noch nicht nachgeladen. habe ich noch nicht mit. Ich denke umso weiter ich ein Level komme umso mehr muss ich wahrscheinlich später mit Granaten und sowas spielen. ist noch ein Pilz. Da ist noch ein Fest. Ich sollte erstmal schauen. Level 1? Level 1 brauche ich nicht. Oder? Schauen wir nach. Schaden kann es ja nicht. Und Level 1 ist ja meistens umsonst. Ja. Muss mich aber beeilen glaube ich. Jo, ich habe den weitesten Weg. Warte mal. Ich bin doch einfach. Die Zone geht in einer Minute. Einmal einfach das Auto. Ein Punkt setzen. Ich muss ungefähr da hin. Ich hoffe da stehen nicht so viele Leute unterwegs rum. Schauen wir das? Ich habe es geschafft. Wer war das? So, ein Mist. Na ja, ok. Was soll's. Platz 18. Wer hat mich gekillt? Kann man das nicht sehen? Ne. Na egal. Ja. Das ist einmal ein Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn du noch nicht wieder seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.